wir müssen jetzt mal aussagen aufnehmen können sie mir erzählen was hier passiert ist aber sehr unklare sache wir werden jetzt auch sagen aufnehmen wenn alle befragen und erst mal die dame können sie mir was passiert ist und das ist ein freund von mir können sich dann ganz kurz so ein bisschen hier von entfernten oder können sie erklären ja wer ist die und was passiert wie ist es dazu gekommen dass sie abschließen ist abgeschlossen und ich brauche ja mein ausweis ok und wer genau hat geschossen wissen sie wenn der lkw vor mir gehört ja direkt vor mir steht ein lkw bei den beiden bewusstlosen personen ich möchte den gerne beiseite haben er kann für da einsteigen ganz kurz ich habe das ganze noch nicht mitbekommen der herr der bei uns im polizeifahrzeug sitzt hat angefangen zu schießen oder wird der herr der drin ich weiß nicht wer angefangen hat ich weiß nur dass meine kollegen hier alle beschossen wurden ich setze mich da rein moment vorsichtig ja aber ich weiß wer zu meinen geläuten gehört die anderen kenne ich alle nicht ich habe gar nichts mitbekommen ich weiß nicht welches auto da könnten sie den einmal ein stück beiseite fahren weil der genau bei dem bewusstlosen der person die hinter ihnen steht alles klar ja jetzt erst mal so weit wieder abrücken könnte man einmal von der vom lkw weg treten bitte das sind nur klärer von ihnen schon eine aussage aufgenommen ich war nicht hier ich bin gerade erst dazu gekommen ist auf den vermutlichen täter ich fahre mal kurz im lkw stück weg das ist vom bekannten aber ich habe die schlüssel das sehe ich will muss nicht über die bewusstlosen fahren ein moment nicht bewegen sehr gut so ja ich habe keine ahnung was gerade passiert ist aber ich habe einen typen erschossen meine frau haben sie noch was gesehen hier irgendwie oder war da hat irgendwie jemand von rechts geschossen hat gar keinen sinn der steht laut stopp 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 oh man haben sie den auch fliegen sehen ach ich habe meinen auch fliegen sehen da ist gerade ein lkw dahin hingeführt so äh gut das heißt von Herrn Whiteman wird aufgenommen dass die zwei DSG gerade auf dem Boden liegen auf jeden fall auch geschossen von Herrn ähm warte mal warte mal okay wo ist denn der bis Alter was war das denn mhm öh noch nicht so ich werde jetzt nochmal da wir haben jetzt hier da werden wir jetzt gleich mal fragen da werden wir jetzt gleich mal fragen ja den werde ich jetzt mal raus und dann werde ich den mal befragen inzertal ja sie können auch mal aus dem Auto aussteigen ja das haben wir einstecken kriegen sie gleich kommen sie mal mit kurz hin mikrofon muted arne luisa ja billy was war los auch Frank weiß nix auch Frank weiß nix ja doch aber das ging so schnell und ich kam ein bisschen zu spät ich bin überfordert ich bin überfordert grad mit der ganzen Situation hier auf jeden fall liegt da oben einer von den Leuten die nicht zu uns gehören was ist passiert was ist passiert Frank ja die Alarmanlage wir gingen hin und dann ging sofort irgendwie die Schießerei los warum schießen denn gleich alle los ich hab keine ahnung was ist denn das das ist bescheuert er war nicht mal groß was mitreden da war vier in ein zwei Sätze und dann war gleich irgendwie die Ballerei ja das ist Schmuggos alter ich sag bloß so er wurde sogar angeschossen hierher da vor uns ja heftig heftig ich was ein scheiß Ligner man wer ist Ligner hier der mit dem Orangenen der hat mich angeschossen man ich hab das ganz genau gesehen zu wen gehörst du denn gehör zu niemanden man gehör zu mir genau alter der schießt auf einmal runter und schießt mich an und so ein scheiß richtiger Hohensinn sorry oi 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 nee mit meinem Kollegen der da oben auch bewusstlos steht keine ahnung vielleicht ach du scheiße vielleicht wurde der auch angeschossen naja dann solltest du vielleicht mal neue Kollegen suchen die keine Autos knacken ich will ich von ausgehen weil die anderen Leute kennen wir hier alle außer sie außer mich also sowas lass ich mir jetzt nicht unterstellen er war bis jetzt ganz freundlich daher er hat mit ihm mit mir über die Mini gesprochen oder sein Kollegen er vor allem wo die ganze Aktion passiert ist wär ich ja eigentlich bei meinen Kollegen gewesen aber ich hab nur dein Kollegen gerade mit einer Waffe von uns gesehen ja woher wissen sie dass es mein Kollege war denn wenn er da oben bewusstlos steht ähm sie haben ihn gerade als Kollege genannt ich war gerade schon bei den Kollegen von ihm ich war gerade schon bei den Kollegen von ihm ja wie sieht er denn aus weiße Hose schwarzes Hemd ne schwarze Pullover das ist ne Jogginghose mit schwarzen Kordeln ich denk mal du kommst gleich mit hier her ja oder ja klar das ist ne weiße Jogginghose mit schwarzen Kordeln deswegen ja deswegen war es klar ja und was hat er gemacht? naja er hat ähm mit einer Waffe auf uns gezielt ok so war jedenfalls in dem Augenblick meine Wahrnehmung und der Kollege mit dem Orangenen gehört zu Ihnen oder was? der auf mich geschossen hat was labert ihr fürn Scheiß ja sehen sie aber ich hab das ja nicht und ich rede auch nicht so über ihre Freunde also naja ich kann auch sagen das was ich gesehen hab ne ich meine ja hier mit dem mit zu dem ja das ist das was ich gesehen hab von dem ja das was ich gesehen hab das ich mit dem Kollegen hier mit den leuchtenden Schuhen mit dem Mini geredet hab und auf einmal hab ich einen Schutz abbekommen von ihren Kollegen anscheinend ne weiß ich ja auch nicht aber ich sage ja das was mir gerade passiert ist er kann aber auch nichts dafür dass er vielleicht den Kumpel hat der solche Autos knapp das wusste er vielleicht im Voraus auch noch nicht dafür muss man es gesehen ich hab ja auch nicht ihn angegriffen ich hab ja ich hab ja ich hab ja zu mir gesagt du hast Freunde die Kollegen Autos knacken und sowas vielleicht hat das heute zum ersten Mal gesehen dass er sozusagen Autos knappt wenn er es war richtig welches Auto hat er denn geknackt das weiß ich leider nicht ich hab nämlich nur gesehen dass das hier ein Alarm los ging und die Mule war auf ne die war an aber abgeschlossen ich weiß nicht ob Mo und Liz gerade los fahren wollten ich weiß nicht ob die das ob die das an meiner Karte gemacht haben ich hab das aber nur ganz laut gehört weil hier stehen ja auch relativ viele Karten rum ja 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 ja